Herzlich Willkommen zu unserem neuen Video. Ihr wundert euch vielleicht, nein, wahrscheinlich schaut ihr es nicht genau heute, wo es online gekommen ist, aber auf jeden Fall ist dieses Video an einem Sonntag online gekommen. Wir einigen uns jetzt auf Sonntag. Und zwar wollen wir, ihr seht ja auch, das Video ist noch kurz, wollen wir euch nur eben ankündigen. Wir wollen ab jetzt versuchen, zwei Videos pro Woche hochzuladen. Und zwar nach wie vor eines Mittwochs und eben ein zweites Video am Sonntag. Das hat, was macht ihr da eigentlich? Kuschel. Okay. Das hat zum einen den Grund, dass wir aktuell ziemlich, ich sag mal, einseitige Videos immer hochladen, also fast nur Reisevlogs. Und wir aber, der wollte nur zu mir der Mädchen runterlassen. Die Mami lässt sich aber nicht runter. Du kannst da reingucken, da sind keine Mami und Papi. Siehst du uns? Genau, also, dass wir viele Reisevlogs von unserem letzten Urlaub vorproduziert haben und die jetzt so nach und nach immer mittwochs hochladen werden. Und, ähm, aber zum einen einfach, weil es wahrscheinlich auch Leute gibt, die sich nicht so für Reisevlogs interessieren, aber vielleicht für die anderen Themen, die wir, ähm, ja, wozu wir halt auch Videos drehen oder schon gedreht haben. Ähm, und deswegen hat dann sonntags noch ein anderes Video, was kein Reisevlog ist. Also, ähm, es ist jetzt nicht so, dass es dann auf keinen Fall was mit dem Thema Reise zu tun haben wird. Ähm, wir, nein, ich tease noch gar nichts an, ihr seid einfach gespannt. Aber, ähm, es ist, auf jeden Fall sind es keine Reisevlogs. Und, ähm, sondern eher an dem, ich sag mal, wild gemischten Content orientiert, der bisher von uns zu sehen war. Genau. Und, ähm, das wollen wir jetzt so ein, zwei Monate mal testen, einfach mal gucken, ähm, wie das bei euch ankommt. Und, ähm, dann irgendwann, äh, haben wir ja auch erstmal keine Reisevlogs mehr vorproduziert, aber wir werden auch bald wieder verreiben, das heißt, wir werden ja wieder auch neues Material dann haben. Und das wollten wir einfach eigentlich nur jetzt, äh, kurz ankündigen, dass ihr, ähm, jetzt auch sonntags ein Video noch von uns bekommt und, ähm, sind selbst mal gespannt, wie sich das entwickelt. Genau, dann wünschen wir euch viel Spaß ab jetzt an zwei Tagen die Woche mit unseren Videos und, ähm, ja, schaut gerne auch jetzt beim letzten Video, also vom Mittwoch vorbei oder nächsten Mittwoch, äh, oder nächsten Sonntag. Und seid mal gespannt, was wir uns für Sonntag so überlegt haben, weil, ähm, es sind auch wieder ganz unterschiedliche Sachen. Also wir haben ja nicht so, nicht so ein festes Thema oder so, was für unseren Kanal oder wofür unser Kanal steht sozusagen. Ja, dann, ähm, bis zum nächsten Video.